Musik Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir, mein Name ist Bodom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist der nächste Teil der GTD-K-Challenge Azurich gegen Bodom Reaper in StarCraft 2. Wenn ihr keine Ahnung habt, worum es sich hierbei handelt, falls ihr nicht den ersten Teil gesehen habt oder die anderen Teile, dann klickt einfach auf die Beschreibung, dort ist ein Link. Ihr könnt es nicht verfehlen, das Video soll euch erklären und wird euch auch erklären, was hier abgeht und worum es sich überhaupt handelt. Ansonsten nochmal der Hinweis, weil immer noch einige Leute es nicht checken, wir machen diese Videos nicht, um anzugeben, wie unglaublich toll wir sind. Ihr wisst selbst, dass wir unglaublich scheiße sind in dem Game, spart euch die Kommentare. Ansonsten viel Spaß dabei, falls diese Videos gut ankommen, werden wir später vielleicht sogar was mit euch machen. Eine Art Team Bodom Reaper gegen Team Azurich, eine Art GTD-K-Beef-Woche oder sonstiges. Also sagt uns auf jeden Fall, wie die Videos ankommen. Ich würde sagen, viel Spaß. So, und da geht's auch schon los im zweiten Game. Ich hoffe, ihr habt im ersten Game Spaß und habt alles im Intro von mir mitbekommen. Mein Name ist Battle Reaper. Genau, zu recht. Und er hat jetzt schon keinen Bock mehr, glaube ich. Na, Quatsch. Naja. Quatsch, du stehst doch drauf. Fast hätte ich dich gehabt, ey. Ach, als ob... Meine Strategie hat sich schon sehr überrascht, glaube ich. Ja, stimmt. Battlecruiser hätte ich echt nicht erwartet, dass du noch weißt, wie die gehen. Dachte, du würdest deinen übrigen Stimpush machen. Aber du hast, du mir erlaubt hast, TOS zu spielen. Er ist jetzt nicht gerade... Sprich nicht für dich, sagen wir so. Ja, man kann es nicht daraus. Also, es ist eigentlich ziemlich wurscht. Woher recht hat er recht? Ich möchte mir noch mal kurz so auf die Schulter klopfen, weil ich einfach so elitär ultra skilled bin. Wahrscheinlich reißen sich die meisten Leute gerade die Haare vom Kopf. Kannst du dir die ganze Zeit auf die Schulter klopfen? Was? Kannst du dir bitte jetzt die ganze Zeit auf die Schulter klopfen? Ja, das wird die nächste Challenge sein. Nein, aber das Problem ist, ich denke mal, die meisten Leute, die jetzt ganz das erste Game gesehen haben, haben einfach gemerkt, dass ich ultra schlecht bin. Und du wahrscheinlich noch schlechter. Aber egal, es ist lustig. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier voll abgehe. Das ist irgendwie meine Illusionen zerstört. Achso, ja, natürlich. Also, das passiert mir auch immer. Ich trainiere mal so ein paar Jahre nicht und dann gehe ich voll ab. Aber ich habe kein Gold. Ja, Gold ist sowieso schlecht, wenn du das hier hättest. Also, Gold ist ganz mies immer. Ja. Ich habe ja auch noch Hotkeys, ne? Ja, ja, hast du angeblich auch. Aber ich will erst mal noch mit einer Map. Ich darf, ich, ich darf noch mit Hotkeys spielen. Noch, noch. Noch, noch. Mehr lange. Ja. Er weiß, was gleich passiert. Genau. Na, was hast du denn hier? Hey. Äh, warum kann der da durch? Weil du ein Noob bist. Naja, äh, scheiße, ich vergesse gleichzeitig simultan zu bauen. Das ist ein großes Problem für mich, weil ich echt scheiße bin. Das war ja schon vorher, klar. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, das war jedem klar, der mich kennt. Ich probiere aber, glaube ich, mal was Neues. Klingt, glaube ich, nichts Neues, aber etwas, was ich lange schon nicht mehr hatte. Boah, diese scheiße Z-Taste. Ich vergesse das immer. Ja, ja, natürlich, an der scheitert es gerade bei dir, natürlich. Ja, alles, alles. Natürlich, ich glaube dir. Das ist gerade essentiell. Ob du es glaubst oder nicht, ich glaube dir wirklich. Glaubst du nicht? Ja, tu ich auch nicht, aber ich will, dass du denkst, dass ich dir glaube. Stehst du? Ja, ja. So, ich glaube dir wirklich vollkommen and stuff. So. Was machen wir denn mit dir? Was machen wir denn? Mir Mineralien geben. Nee, aber das kannst du mir geben, wenn du willst. Also, ich nehme immer sehr, sehr dankend Minz an. Baut schnell ab. Baut schnell ab. Hier ist er doch nicht angewiesen. Hier ist er doch nicht angewiesen. Hier ist er doch nicht angewiesen. Wow, da fuck. Meine A-Taste funktioniert auch nicht. Scheiße, deine A-Taste. Wieso versuchst du mich gerade zu rapen? I do not like. In Ordnung. Also, wie gesagt, mir gefällt das gar nicht, dass du gerade versuchst, mich hier zu zerstören. Mein Micromanagement gewinnt darüber mich. Wo ist mein Stim? Ich habe keinen Stim. Boah, ich hab schon wieder 800 Mineralien, oder? Tja, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht sein soll, aber... Ich nehme einfach mal an, dass das nicht beabsichtigt ist, oder, mein Freund? Ja. Ach so, ah, das ist beabsichtigt, ja okay. So, hätte ich ja auch nicht wissen können. Warum baut man eines Dinger eigentlich hier nicht mit, ne? Kein Plan, Mann, was du machst. Ah. War eine schnelle Runde. Ja, das war ja wohl mal, äh... Ich würde sagen GG, mein Freund. Noch lange nicht. Nicht? Okay, dann nicht. Ach so, du hast noch deine geheime Imba-Waffe. Äh, ja okay. Ein Panzer, ja. Ja okay, das ist echt eine geheime Imba-Waffe. Ja, jetzt ist GG. GG, well played. Im nächsten Game darf ich keine Hotkeys benutzen, das wird schwieriger. Und zusätzlich darfst du eine Rasse auswählen, die ich zocken muss. Uiuiui, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, äh, es steht gerade 2-0 für mich in der Challenge. Wir machen aber alle fünf Maps durch. Mal schauen, ob du wenigstens eine gegen mich holst und meinen elitären Spielstil. Sagen Jungs, bis zur dritten Map. Ciao, ciao. 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 Ciao.